salam alaikum war dieses buch das nennt sich ein normal mufi dhfm fra da die imam ich glaube ich habe nur indirekt über dieses buch gesprochen ihr seht es ist ein kleines buch das sind ungefähr mehrere hundert mehrere hundert gedichtsverse das haben wir vor einiger zeit auch bei unserem scheich abdullat huijiri gelesen und es geht hier in diesem buch nur um die mufradat der hanbalitischen rechtsschule was bedeutet mufradat also alleinstehende ansichten welche nur in der hanbalitischen rechtsschule vertreten werden oder nur von der hanbalitischen rechtsschule vertreten werden und hier im kapitel das ist interessant er sagt kapitel das streichen über die socken er sagte hier nicht über die leder socken sondern über die socken normalerweise sagen immer die fuhrer leder socken warum hat er hier socken gesagt das erwähnt er hier direkt im ersten vers dieses kapitels so heißt es im seh ala jawaribin safiqa wa immatin sunniyatin haqiqa streiche über socken die dick sind und über über einen turban das sunnitisch und richtig ist das ist eine demufradat der hanbalitischen medhab weil barak lafikum laut den früheren rechtsschulen oder den anhängern der früheren rechtsschulen mit ausnahme von ahmad und den hanabiler ist es nicht erlaubt über normale socken zu streichen sondern sie sagen allesamt man darf nur über leder socken streichen und das streichen über normale socken gehört zu den mufradat der hambalitischen medhab also zu den alleinstehenden ansichten aber mit einigen voraussetzungen eine dieser voraussetzungen ist was er hier erwähnte jawaribin safiqa dicke socken und dass diese socken dann auch am fuß halten und das ist heutzutage bei den socken auch der fall dass sie dann am fuß halten oder fest sind das war das eine buch jetzt das andere buch warak lafikum das ist al-raud al-murbia und die hache hier davon die hache hier von al-ruhman ibn gasim da haben wir auch dieses kapitel seht das hier das streichen über die leder socken oder socken und er sagte also die leder socken und anderes was ebenfalls sozusagen den fuß bedeckt und ein punkt wollte ich noch erwähnen und zwar wie lange darf man über die socken streichen weil es wird oft gefragt oder diese frage wird oft gestellt und das beantwortete auch hier er sagte so , wenn er hier und dann getruntestet werden muss dann gescheitete dann abtdata abtidata abtida abtüde 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 abtüde